Ja, so liebe Leute, ihr seht mich jetzt heute nur ein bisschen alleine, es wird doch kein Review, sondern einfach nur ein bisschen gelabere von mir, wenn es euch nicht interessiert, einfach ausschalten. Ja, es geht darum, heute war mein Geburtstag und ich wollte mich nochmal bei allen Leuten bedanken, tausende Leute haben mich angeschrieben, Videos wurden gemacht von Martin und von 1111, mehr habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, vielleicht gibt es da ja noch andere, mal schauen. Viele Leute haben mich, wie gesagt, angeschrieben, getextet, sonst was, echt, ich war ziemlich überrascht und mich hat es einfach nur gefreut. Vielen Dank auch nochmal an Michi, meinen Kollegen, der jetzt da vorne sitzt und zuhört, aber der davon eigentlich gar nichts weiß, weil ich das jetzt total spontan mache. Ja, er hat einen super Blog-Eintrag auf unserer Seite veröffentlicht, einfach mal durchlesen, ich sag mal Respekt, ich find das echt ziemlich cool. Und ja, ich will mich eigentlich bei allen Leuten einfach nur bedanken für die lieben Grüße und das war es jetzt auch mit Gelaber, ich feiere nämlich jetzt noch ein bisschen weiter, werde noch ein bisschen an meiner neuen Konsole darren. Ja, das war es soweit von mir und dann sehen wir uns einfach in einem weiteren Review wieder. Bis dann!